Das sind drei News aus dieser Woche für dich. Diese Lehrerin und dieser Lehrer aus Brandenburg müssen gerade viel ertragen. Gegen sie wird gehetzt auf der Straße und im Netz. Sie hatten öffentlich gemacht, dass es an ihrer Schule rechtsextreme Vorfälle gab und wollen diese Schule im Spreewald nun verlassen. Brandenburgs Ministerpräsident will deshalb jetzt mehr gegen Rechtsextremismus tun. Stranger Things wird erstmal nicht weiter produziert. Marvel-Filme verzögern sich, denn in Hollywood wird gestreikt. Die Drehbuchautorinnen und Autoren machen das eh schon seit Mai und jetzt machen auch noch die Leute vor der Kamera mit. Eine große Gewerkschaft fordert mehr Geld und Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hast du schon mal unangenehme Situationen in Schwimmbädern erlebt? In Berlin gab es in letzter Zeit immer wieder Probleme mit aggressiven Leuten. Die Regierung da will deshalb mehr kontrollieren. Wer rein will, soll vorher personalisierte Tickets kaufen oder seinen Ausweis zeigen.